Hi, hier ist John von Blusa Studio und heute gibt es mal wieder ein neues Hashtag-Wahr-Hashtag-Falsch-Video. Falls du neu auf dem Kanal bist und noch nicht weißt, was ein Hashtag-Wahr-Hashtag-Falsch-Video ist, dann erkläre ich dir das gerne. Ich erzähle dir heute ein Mythos, ein Nice-to-Know oder irgendeine Geschichte aus der Audio-Welt. Ich stelle eine These oder Behauptung auf und du musst dann raten, ob das Ganze wirklich wahr ist oder ob ich mir das Ganze nur ausgedacht habe. Die Antwort brauchst du auch nicht zu googeln, denn die gibt es morgen hier auf dem Kanal. Also lieber den Kanal abonnieren, einen Daumen nach oben dalassen und dann sehen wir morgen hier die Auflösung. Also legen wir los. Dass ein normaler Raum zum Musizieren, zum Tonaufnahmen machen und zum Mischen, Mastern etc. nicht gerade geeignet ist und dass man da verschiedene akustische Elemente braucht, das versteht sogar jeder Anfänger. Diese Maßnahmen sind jedoch relativ kostspielig und wenn man nur ein Hobbymusiker ist, der hin und wieder mal ein bisschen Musik macht, möchte man jetzt nicht mehrere tausend Euro in Raumakustik investieren. Immer wieder kommt es vor, dass die eine oder andere Band ihren Proberaum komplett mit Eierkartons zuflastert. Aber was bringt es wirklich? Ja, viele erhoffen sich durch den Eierkarton eine günstige Variante zur Schalldämpfung. An dieser Stelle muss ich kurz den Unterschied zwischen Schalldämmung und Schalldämpfung erklären. Eine Schalldämpfung dämpft den Schall innerhalb eines Raumes, damit er nicht so hallig klingt, damit keine Flatterechos etc. entstehen. Eine Schalldämmung sorgt dafür, dass nicht so viel Schall aus dem Raum heraustritt und freut die Nachbarn deines Proberaums. Meine heutige Behauptung ist, dass der Eierkarton in der Schalldämpfung überhaupt gar nichts bringt. In der Schalldämmung jedoch ein bisschen dafür sorgt, dass deine Nachbarn nicht ganz so viel von deinem Lärm mitbekommen. Allerdings ist natürlich teures professionelles Akustikmaterial wesentlich besser. Boah, was ist eigentlich mit diesem Eierkarton los? Der stinkt bestialisch. Die Schalldämmung entsteht durch das häufige Wandeln des Schalls. Der Schall trifft über das Übertragungsmedium Luft auf den Pappetdeckel des Eierkartons, wird dort in kinetische Energie gewandelt, hinter dem Eierkarton wieder in das Übertragungsmedium Luft übertragen und von dort dann wieder an die Wand gegeben, wo es wieder zu kinetischer Energie wird. Und hinter dieser Wand entsteht dann quasi der Schall, der nach außen abgegeben wird und der ist dann natürlich um einiges absorbiert. Da ein Hauptteil des Schallanteils aber von dem Eierkarton reflektiert wird, bringt er in der Schalldämpfung gar nichts. Jetzt bist du auch schon gefragt. Glaubst du mir, dass der Eierkarton eine schalldämmende Wirkung hat, aber keine schalldämpfende Wirkung? Dann schreibe Hashtag wahr in die Kommentare. Wenn du denkst, das habe ich mir nur ausgedacht oder es ist ein weit verbreiteter Mythos, der allerdings nicht wahr ist, dann schreibe Hashtag falsch in die Kommentare. Das Ergebnis brauchst du wie gesagt nicht zu googeln, denn morgen kommt ein Video mit der Auflösung hier auf diesem Kanal. Bis dahin, mach's gut. Tschööö.